Ein wunderschön herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge zu der Städtetour. Wir sind heute hier in Mimiken und Mimiken hat eine Bevölkerungsdichte von 43.000 oder 44.000 Einwohnerzahlen und Mimiken ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Jo und alles andere Filme, Videos, das seht ihr jetzt im Anschluss. Musik 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 Ein wunderschön herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge zu der Städtetour. Wir sind heute hier im Mini-Film. Musik 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 Musik